Herzlich Willkommen bei den 30 Zeitspartipps am iPad. Kennst du das, wenn dir unterwegs eine Idee einfällt und du einfach keine Zeit hast, diese abzutippen, dann öffnest du die Sprach-Mimos-App und kannst sie trotzdem festhalten. Du tippst einmal auf den Record-Button, die Aufnahme beginnt sofort zu laufen, du kannst auch zwischenzeitlich mal pausieren und dann wieder weiter aufnehmen. Aber das Klasse an dieser Funktion ist, du kannst sie auch schneiden, quasi deine Aufnahme kürzen oder diesen Teil hier löschen. Tippe auf sichern und auf fertig und mit einem Tipp kannst du deine Sprachaufnahme auch noch umbenennen und diese auch sofort verschicken. Weitere Ideen findest du hier. Vielen Dank.